Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Ramsdorf. Gleich geht es zur OP-Vorbesprechung in die Uniklinik in die Neutschen-Wennen-Straße in Bonn. Das heißt, die vier weißen Zähne sind ja schon raus und die rechte Kiefer ist auch soweit fertig. Jetzt folgt die linke, da sie zu lang ist, müssen da mal ein paar Zentimeter weichen. Wir sehen uns dann später wieder. So, wir haben unser erstes Pausensee erreicht. Dort werden wir uns einen schönen Kaffee holen und dann geht es auch schon weiter Richtung Bonn. Dort sehen wir uns später dann wieder. Ja, wir sind jetzt endlich in Bonn angekommen. Im Hintergrund seht ihr einen schönen BMW, denn zur Zeit findet das Beethoven Festival statt. Wir sehen uns also gleich wieder. Wo weiß ich noch nicht, aber das werden wir sehen. Untertitelung im Auftrag des Wissenschaftlers Ja, das Essen war jetzt sehr lecker, jetzt geht's zum Onkel Doktor rein. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nachher später wieder auf der Rückfahrt. Bis nachher. So, beim Doktor habe ich jetzt alles erledigt. Am 10.01. ist die Aufnahme ins Krankenhaus und am 11.01. ist die OP. Das heißt, wir haben noch vier schöne Zeit Videos zu machen und hochzuladen. Und jetzt geht es noch runter zum schönen Rhein und dann so langsam auf den Heimweg. Das heißt, wir sehen uns dann wieder auf der Rückfahrt. Wir haben unser erstes Pausenziel erreicht. Wir sind aus Bonn raus, holen uns jetzt nochmal ein bisschen Wasser, ein bisschen Kaffee und dann geht's auch schon wieder zurück. Rollin' her own baby. Rollin' her. 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 Mr. Jane. Wir sind in den nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, ihr habt es vielleicht gesehen. Da war ein großer Stau zwischen Köln und Leverkusen. Da standen wir ganz ganz lange drin. Ich hoffe, ihr hattet kein Problem, dass ich so viele Impressionen davon gezeigt habe. Und jetzt schauen wir mal. Wir sind jetzt auf dem Bassplatz Hössel. Von dort kann man viele Flugzeuge sehen, die am Düsseldorfer Flughafen landen. Schauen wir mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war mein Video aus Bonn. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Robert sagt Tschüss und viel Spaß mit den anderen Videos. Ciao.